keine sicht also ich mein funk check machen wir den anderen ja wir haben boot direkt voraus ganz mal anpeilen shift kontakt hinten bei zwar 210 32 grad 210 ja das mit dem hier fernrohr das nicht präzise habe ich gerade gesehen relativ oder was relativ ja also ich gucke jetzt gerade die richtung die show stehen da die flag ja heißt so unter 180 dann nur ich sehe nichts entschuldigung 100 da ja da tatsache der schöne langsam fährt weg von uns naja ok dann markiert machen also letztendlich 180 grad ich glaube der fährt von links nach rechts na ja dann mal 180 grad kehrt 220 macht dann ja 30 grad ungefähr ja dann guck mal durch auf offen kanal shift kontakt 30 grad absolut verstanden durchgegeben zumindest und schick das ist u96 neben uns also schreibt schreibt in u96 30 grad absolut die anderen keine ahnung wo die sind so 30 grad liegt an schiff geordnet 15 grad backbord relativ hey direkt davon zu oder fährt er nicht von uns weg der ist aber ziemlich groß das ist eine corvette das ist eine corvette ja auf tiefe gehen erstmal zero tiefe und dann gleich noch 20 grad nach rechts funk scheiß der funke ist weg fack natürlich gut gehe ich gehe unter tage lukas dicht elektrisch an ich hoffe u96 schaltet jetzt ich messe mal entfernung zu köhte ich habe vor allem nur stürz wenn ihr die lautspräche nicht mehr gemacht werden dürfen das können wir das nach der feinfahrt machen 3,5 der der 18 weg war war das die corvette oder passagier ist noch auf 4 würde ich noch ein bisschen warten also corvette weiter ziehen lassen und wir lassen es rein treiben ja corvette bis geduld haben jetzt dann sagt sich das später aus also die 8,5 treffe auf die corvette okay soviel zum feuerbefehl das waren aber nicht wir nö natürlich nicht dann hat wahrscheinlich u2 geschossen schön gut dann schießen wir auf die passagier einmal mit trophies ok ja gut buchlage links 100 grad 100 grad eingeschränkt 5 knoten der wird jetzt ein bisschen gas geben eingestellt entfernung ich könnte mal nachmessen dreieinhalb r4 36 nochmal 4100 4100 eingestellt gut dann o1 ap san ja dann roh 1 los du hast den vorbefehl jetzt hast du nächstes auswählen noch eins bereit und los kann ich schießen ja ja wenig jetzt hast du ja ja wenig weil ich gehe mal raus wieder rein vielleicht lagerrot ne ist nicht der geht da musst du los er will aber nicht geht zeit bis zum einschlag von dem einen das waren vier minuten und 39 und wir sind auf 45 sekunden ja ok dann lass ich jetzt laufen vier minuten alles klar ja es gibt ping es gibt den rück ping und es gibt quasi den hüllen ping die letzten beiden sind scheiße treffe auf den passagier ok ok der kam an schön aber weit ist der zerstörer noch ein fernzeuger von uns ja was hat der 5 6 kilometer der dreh dabei auf u96 ein ich habe den gain auf unter 1 und ich höre den ping relativ nächsten torpedobereit machen probieren so glück mal ok ich gehe mal wieder auf u1 ja ich guck mal kurz 5 strich schau mal richtung 40 relativ das klingt noch lauter 35 entfernung 27,5 mach mal 28 draus 28 gucklage links 90 gucklage links 90 ja noch ein treffer ah hör auf zu drehen ok ja das ist noch ein treffer auf den passagier ich glaube das war jetzt unserer ok ja das wäre halt echt luxus wenn wir den rausholen da muss nämlich die letzte corvette die da noch in sichtbar ja immer hin und her fahren und dann kann jeweils ein boot ein rausholen das wäre ganz nett oh ich sehe ein irgendein rohr von einem boot das wird u96 sein die sind nah an der corvette vielleicht versuchen die einen schuss das könnte spannend werden oder wir hören es gleich rappeln ne aber die schraubengeräusche hinter uns naja hackt doch viel ist los alle fächerschuss sicher sicher aber die haben wir ja nur einen das sonst gehen wir gleich in nahkampf also dann machen wir das fächerschuss auf 500 alles andere die torpedo sind ja auch nicht die günstigsten ne ne paar tausend reichs markt pro stück ich glaube 10.000 ich glaube wir hatten mal 25 ergoogelt aber ich glaube das waren nicht die ähm die frühen sondern die oh corvette ist weg schön auch gut das hilft welches Jahr haben wir denn 1940 40 ja dann haben wir eh nur 14 äh wir haben gesima gesime die eintreffnung geht nicht hoch und die anderen siehst du gut aber eigentlich dürfen wir nur g7e haben weil wir können die geschwindigkeit von den nicht einstellen die sind auf 30 kunden eingefassen also u2 ist in einer noch schlechteren position als wir gerade und die können nicht eine bessere batterie situation haben als wir im gegenteil u2 taucht auch gerade auf auf 90 grad relativ dann wäre das auch geklärt ähm funkt mal u2 an die tauchen gerade auf ich weiß nicht ob die das wissen nicht tun pings sekunde wundert mich nicht da die auftauchen scheiße gut 30 grad steuerbord ich habe jetzt steuerbord ich habe keine lust 0 in der dreh komm dir pings 250 ich versuch's grad noch rein zu grenzen wo es am lautesten ist ach nö ey ich habe jetzt keine lust wasserbomben zu fangen die nicht für uns gedacht sind schnell weg hier wer ist das denn u2 ich gehe schwer davon aus das war die letzte position von den u1 müsste sich hinter den konvoi gesetzt haben mittlerweile ich erkenne auch keinen zerstörer schießt nochmal 30 grad steuerbord schnell weg hier 30 grad steuerbord ach ey funk mal durch zerstörer schießt runter kann nicht sein was machen die denn da oder die mussten hoch aber die sind nicht aufgetaucht die sind so halb aufgetaucht also das hat nichts mit dem motor zu tun die können in diese grad nicht ja jetzt tauchen sie na herzlichen glückwunsch schön jetzt haben wir den zerstörer an der backe danke für nichts das wird eng ich mess nochmal die geschwindigkeit klingt so als ob das ding langsamer wird ok lass die geschwindigkeit wie sie ist buklage rechts 90 rechts 90 eingestellt oh oh pings entfernung 900 entfernung 900 eingestellt rohr 1 auswählen rohr 1 eingestellt und los schießt nicht du hast es jetzt ok ja nächstes rohr rohr 2 rohr 2 und das ihre entfernung zum zerstörer folgezeichen 900 Zeit bis zum einschlag 1 06 ok 4 weit 40 grad backbord schleichbar schleichbar haben wir schon ne ja 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 links haben aufgehört er lässt keiner was über dem segeln entfernung 700 meter nächstes rohr auswählen buklage immer noch rechts 90 obwohl wir drin ja ja treffer jawohl jawohl der geht runter der ist sowas von zerbrochen gute arbeit das war die bittern was die bittern jawohl die gehen alle rein und jetzt sollte die dritte kommen der ist schon weg der ist schon weg ja meine güte da haben die verleger mit mal gut dass wir hier aufpassen und unsere arbeit machen so jetzt aber auftauchen was soll's scheiß drauf auftauchen kurs behalten oder neuer kurs ja 20 grad backbord nochmal wenn der kurs jetzt steht ja aber auftauchen ja gute arbeit jungs das war doch sauber u1 was kann auftauchen die haben uns gerade auch gemeldet boah alter u1 ist noch aktiv weil du zwei herze erwischt ja wächst wohl aufgetaucht frage warschau verbündet das boot zwischen euch und geleit stopp das meint ich denke die meint sich selbst u1 taucht auch ebenfalls auf ja alles klar jetzt gehe ich mal runter und mach den rpf das ist was den rpf krieg ich gleich krise von leiter 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 ja gibt mir ein ziel ja backbord 20 grad relativ den dicken kahn ja der schießt auf uns genau einfach in den arsch schießen entfernung circa zwei kilometer glaub ich sehne ja mein besicht kontakt wir fahren jetzt einfach so dass er nicht schießen kann holen den raus dann haben wir u1 landet auch schon treffer so weit war aber knapp ich denke ein bisschen nach damit wir hinter dem bleiben nicht erschrecken zu kurz zehn mehr das ganze boot wird halt dadurch dass das boot sich dreht ja sieht gut aus 10 zu kurz fünf zu kurz fünf zu hoch zwei zu kurz scheiße schockiert das zwei zu hoch du spielst doch hier keinen football mit dem mast da oben ey treffer wenn möglich einen meter runter treffer treffer brücke keine überlebenden unter die wasserlinie der war gut das war knapp wasserlinie ja perfekt musst du treffen ne die zählen halt nicht die zählen nicht die zählen nicht in Wirklichkeit möchte man das machen aber hier im spiel zählen sie nicht der brennt man muss genau am shift treffen ja das sieht gut aus das sieht gut aus mit Schiffs äh zweit nach vorne der dreht auch ein der trifft uns nicht mehr ja zu gotts ja das war aber U1 zu weit zu weit ja das boot schwankt gerade wie verrückt ja keine Ahnung nach vorne nach vorne mal voll voll treffer voll geats treffer naja zwingt er an zu brennen der schießt zurück sichs zurück ich glaube ich denke doch noch mal ein das wird mir ein bisschen eng hier ja ja das war ein bisschen zu knapp für meinen geschmack ja ich hatte einen 10 zentimeter der brennt uns aber ab der hund ja jetzt ziehen wir auch hinter denen also jetzt kannst du wieder in ruhe schießen ja da geht er runter da geht er runter das ist ja noch der hund dafür wird er bestraft ein bisschen zu kurz 2 50 kurs das war brennt versuch weiter hinten zu treffen damit wir die maschine weg kriegen wenn wir da still steht dann geht es schneller oder hängt schon vor dem wasser ja schön 7 zu kurz 1 kurz das ist jetzt schon einfach zu bittig 1 1 1 1 1 zu kurz aber der geht schon runter 1 zu kurz 2 zu kurz der war knapp stelle ich mache den achteren ballast tank auf luke dicht 100 grad steuerbord vorne fall vorne geschlossen auf zero tiefe gehen nein wir wollen ja jetzt hier mit drei boten treffen so schnell können wir uns nicht abfangen hinten voll hinten geschlossen ja ja ich gebe mal 90 grad steuerbord auf periskoptive gehen ja jetzt sind wir die tommy das die und es 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 Always to home. Jeder wird mit 60er pingen, aber es macht Spaß. Hey. 40% Jungs. Nicht schlecht. Das reicht. Das reicht völlig. Erschossen.